Willkommen zum 5 Links Videokurs. Es ist eine gute Entscheidung, diesen Kurs fortzuführen. Wie waren denn für dich die Beleuchtungstipps und Tricks? Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und du hast hoffentlich auch den Kommentarbereich genutzt, um deine besten Tipps und Tricks dort aufzuschreiben. Lasst uns in dieser Lektion mal was Lustiges machen. Mal wieder so richtig filmen. Nach dieser Lektion kannst du mal wieder dein Handy nehmen oder deine Kamera und eine Geschichte filmen. Richtig, keine Geschichte erzählen, sondern eine Geschichte zeigen. Es ist visuelles Storytelling. Der englische Begriff wird wohl so auch in Deutsch verwendet. Es geht darum, eine Geschichte in Bildern erzählen und in Bildern darstellen. In unserem Fall geht es natürlich um bewegte Bilder, also um Film und Video. Visuelles Storytelling ist auch ein Werkzeug im Marketing und in der Werbung. Es ist echt interessant, wie Storytelling in der Werbung verwendet wird. Unser Fokus liegt natürlich auf dem visuellen Storytelling im Filmemachen. Visuelles Storytelling, das könnte nur ein paar wenige Aufnahmen sein, um die Geschichte zu erzählen. Oder es kann bis zu einer Kinofilmlangen Filmgeschichte im Kino gehen. Doch wir fangen mal klein an. Wir erzählen eine Geschichte aus verschiedenen Kamerapositionen, Winkeln und Aufnahmegrößen. Wie immer findest du in der Beschreibung dieses Videos deine fünf Links, um visuelles Storytelling zu lernen. Außerdem ist deine Aufgabe für diese Lektion in der Beschreibung erwähnt. Bitte einen Freund auf eine Tür zuzugehen, diese aufzumachen, in den Raum reinzugehen und auf einen Stuhl oder Sofa zu sitzen. Siehst du diese Szene? Erzähle diese Geschichte mit deiner Handykamera oder mit der Kamera, die du eben hast. Teile diese Geschichte in verschiedenen Kamerapositionen, Kamerawinkel und Einstellgrößen ein. Zum Beispiel nimm das Weitwinkel und filme, wie die Person auf eine Tür zugeht. Dann eine Naheinstellung von der Türklinke mit der Hand. Vielleicht dann eine Einstellung, wie sich die Tür öffnet und die Füße in den Raum treten. Und so weiter. Du kannst auch eine dramatische Version filmen. Du filmst dann zuerst die Füße, wie sie auf eine Tür zugehen. Und dann die Hand am Türgriff und so weiter. Eine dramatische Musik würde deine dramatische Story noch dramatischer machen. Nehme nicht mehr als fünf verschiedene Aufnahmen auf. Schneide diese Geschichte mit deiner Handy-App oder mit einem Computer. In Lektion 14 haben wir verschiedene Schnitt-Apps oder Schnitt-Software durchgenommen. Du kannst gerne nochmal zurückgehen zu Lektion 14. Ich gebe dir noch eine weitere Aufgabe. Überlege dir eine Geschichte, die du mit drei Einstellungen filmen kannst. Die erste Einstellung ist, eine Person schaut in eine Richtung. Mach dann eine POV-Aufnahme. Das heißt, filme, was die Person sieht. Also eine Point of View-Aufnahme. Und dann filme die Reaktion deiner Person. Das kann geschockt sein oder happy. Dann schneide diese drei Einstellungen, also die drei Bilder, zusammen in unterschiedlicher Reihenfolge. Du machst also eine Version. Erstmal eine Einstellung 1, Einstellung 2, Einstellung 3. Und dann ein anderer Schnitt. Du beginnst mit der Einstellung 3, kommst dann zu 2 und 1 oder und und. Du machst dann nochmal einen Schnitt mit Einstellung 2, Einstellung 1 und 3 oder so. Variiere einfach ein bisschen. Und dann achte darauf, wie wirkt die jeweilige Story? Wie wirkt der Schnitt? Wenn du die drei verschiedenen Bildereinstellungen unterschiedlich zueinander schneidest. Bitte teile deine Erfahrungen im Kommentarbereich dieses Videos. Und wenn du möchtest, kannst du deine kurzen Schnitte auch hochladen und die Links in den Kommentarbereich eben auch einfügen. Vielen Dank schon mal. Wenn du Fragen hast, bitte schreibe sie auch in den Kommentarbereich und auch deine Kommentare, damit auch andere von deinen Erfahrungen lernen können. Viel Spaß bei der Aufgabe und wie immer, bis später. Also hier habe ich ein paar Sachen, die erzählen auch eine Geschichte, zum Beispiel die Koralle vom Roten Meer rausgeschnorhelt. Damals ging das noch relativ einfach. Der Hut aus Spanien oder die Taschenlampe erinnert mich sehr stark an Zeltlager, Jungschar Zeltlager. Bis zum nächsten Mal.